Alles klar und herzlich willkommen zurück hier zu Need for Speed World und heute sind mal wieder die beiden Schlawiner mit dabei, ne dumme unter Friday. Was geht? Was geht? Nicht auf den Chat gucken. So. Oh, alle drei. Ge-ching! Krasse Missgeburt. Er rappt mich da einfach weg direkt am Anfang. Bist du das da am Ende, Freddy? Ja, Dom hat mich am Anfang direkt weggegangen. Oh, ja, was alle hier, oder? Ich kenne es irgendwo her, ne? Ja, von mir. Mal mit dir, mal. Verdammt. Ja, verdammt schlecht. In der Tat. Tja, ich habe ein Schild eingesetzt, ihr Homos. So, ich bin mal geniegt wieder weg. Dies, das. Dieser ist und so. Oh. What the fuck. Oh, yeah. Oh, 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 oh. So, ich bin jetzt direkt hinter dem Dome. Nein, mag ich aber nicht. Ich mag nicht, ich darf nicht, ich mag nicht, nein, ich darf nicht, nein, ich darf nicht, nein, was? What the fuck? Boah, ich hätte jetzt mal Grieven einsetzen müssen, ey. Ich tröne. Tja. Du homos, ratter Pisser! Rasiere dich gleich, Digga. Nein. Ja. macht er jetzt eine extra runde ich drehe durch du wirst nicht erster kommen wir auf dem ersten ist und das wird ja nicht ändern Junge ich hatte noch nicht mal Magnet und da zieht er plötzlich so hart rüber was ist los bei dem weil ich dachte er sich einfach mal oh Freddy da im Rückspiegel zieh ich mal rüber ey was für ein Scheiß ey dabei war ich so nah an dir dran an mir ja an dir denkst du auch nur du nee ich hab dich tatsächlich gesehen in der Tat hast du mich vielleicht auf der Minimap gesehen ja nee ich hab dich gesehen und du hättest mich auch im Rückspiegel sehen können Rückspiegel wuuu oh yeah mother fucker der Arschen aber der Typ ist halt direkt rübergezogen sieben Sekunden später kommt die Platz zwei angetingelt die wo bleibst du gemacht ich hätte gewonnen hätte ich dumm am Anfang nicht weggekehrt noch eine Revanche oder wie sieht's aus immer 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 mal im Romal doch noch mal ein paar und wo ist auch noch mal fahren dumme die Verlegung stufe von jetzt Flugzeit 3 Minuten so kommt nicht rein will jetzt ernsthaft warte doch du bist rausgegangen in die Lobby ich bin ja im Lobby alter was ist denn los mit ihm was ist denn los mit ihm boah pro Fahrwerk zu Papa also pro Bremsen sind jetzt drin oh ja pro Bremsen alter neun Handling der hast du locker mehr als ich oder wir haben gleich lol what the fuck guck mal meine Bremsen bringen keine Bremsen meine bringen nur vier Prozent deine bringen neun ja deine ne acht aber auch neun Prozent achso und wieviel bringt deins meins bringt auch neun Prozent irgendwie hä ja what the fuck das ist doch kein Unterschied ich hab doch 15 weniger irgendwie das ist doch dumme haha street dumme muss mal tun nein pssch hey wie ihr euch die ganze Zeit anzeckt na das ist sooo schlimm wie die kleinen Kinder Freddy sei du mal leise was was hab ich jetzt gesagt siehst du Freddy fängt nämlich immer an das ist das nämlich ja ich fang bestimmt ja immer diese NSAs hör jetzt auf wo man mich eben die ganze Zeit nichts gesagt ist gut jetzt Leute meine Güte weil er meint der NSA sieht alles nein hört alles er hört alles schreibt unter die Kommentare schreibt NSA sieht alles er hört alles schreibt sie die Kommentare nur um sie ja nicht zu ärgern geklaut geklaut sorry musste sein ja aber ich weiß haha aber keine Angst wir haben die Copyrights davon gekauft ja auf jeden was haben wir auf jeden gekauft kostet bestimmt voll teuer ja kostet 3 Geld mindestens ich will aber 3 Kinder haben und kein 3 Geld das ist so geil ich hab 3 Kinder aber kein Geld warum kann ich kein Kinder und 3 Geld haben ich liebe das ich liebe das Junge wenn ihr da vorne einen Fehler macht ne dann ist er weg naja ich das wird aber nicht passieren weißt du ja was Skill Mode aktiv wir haben schon über 30 Folgen ich bitte euch ich bitte dich Premium Witch bitte nicht den Preis Liga ah so Yannick erklär uns dann noch während der Fahrrad wie einer von euch wix macht eine extra Runde nein ich schriebs nicht was hallo sag mal dazu nein klariere dich nein oh mein Gott Fehler aber bei Freddy hast du ihm auch einen Fehler gemacht bist du natürlich mit hinten ja relativ ah ich dachte schon das wäre mal tot gewesen ich hab mir nicht mehr geachtet aber alles easy ich weiß wie es läuft die 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 du löst mal mit dem Magnet aus danke oh hab Schild angesetzt ist wieder weg und win ihr Penisse Marco na 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 was ich hab ein Ultra Fahrwerk bekommen ja seltenste Teil habe ich alle gelesen Freund hat seltenes seltenes Teil lol ultra what the fuck what the fuck das muss ich mir kurz angucken stillt Punkt er haut einfach ab Fall individualisierung Leute und dann gehen wir mal in den Tunic Shop hopp alle alter das sind 4% höchstgeschwindigkeit 8% Beschleunigung 14% handling 14% aber ist ja schade ich habe ja schon ein Pro Fahrwerk aber trotzdem willst du mir das vielleicht verkaufen kannst du das? ne ich baue es aber ein das Pro Fahrwerk meine ich nein das geht dann weg wenn das drin ist nein das geht nicht weg ich hab das jetzt noch glaub ich dazu mir das verkaufen nein es geht echt weg es ist weg glaub mir doch ich spiel länger als du ne jo ich hab 483 Handling jetzt keine Runde ist noch drin oder? eine Runde ist noch drinnen Tomelitz sein ja ich bin jetzt gerade nicht da wo bist du denn? was ich mache gerade mein Juni ja dann komm raus Dome ja ich darf ja auch nicht ich muss das tun guck doch mal ob du einer aus seiner Freundesliste noch in der Lok äh noch online ist gerade ich hab nämlich grad auf auf Twitter hab ich gepostet ähm bei mir ist vielleicht keine online aber ich kann mal alle annehmen die hier eine Anfrage geschickt haben vielleicht ist es ja einer von euch liebe Leute guck dir mal rein hier grad in den Messenger wenn du einen Namen da entdeckt habt könnt ihr schon mal die Kommentare reinschreiben aber momentan ist keiner online ähm das heißt wir chillen ja einfach noch ein bisschen hin ja ich bin jetzt fertig alles klar Einladung folgt Anzeige geht raus hä bin ich doof? das war eine rhetorische Frage annehmen ach man ich wollte das Ding noch holen Rundkurs Main Street ist das nicht das gleiche was wir eben gezackt haben? alles klar ich hab jetzt 614 Höchstgeschwindigkeit 679 Beschleunigung 483 Handling Halt guck mal wie das aussieht das äh Ultra Fahrwerk krank krank ehrlich ne ja ja hab ich mal meinen Ultra Bremsen hier äh die meinen Pro Bremsen irgendwie auch DATU Pro ist so mega aber es ist echt schade dass ich ein Fahrwerk wieder Motor wär natürlich Motor wär geil ja ja oh fuck aber mein Handling bockt jetzt einfach so krank ich sehs das einfach Autorams ich hab kein Auto gerammt lol doch doch nein 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 doome alter Ich weiß schon, wie die Folge heißt Na? Ultra Ultra bekommen, aufrufe Zeichen Du brauchst doch keine extra Runde machen, Freddy? Du hast eh keine mehr Ich hab keine extra Runde mehr, bist du dumm? Ich weiß, dass uns jetzt hier auf die Schlange eingesetzt Glaubst du, dass ich keine extra Runde mehr habe? Yannick, halt die Fresse, sonst macht er eine extra Runde Oh, what the fuck? Yannick, alles deine Schuld, Yannick, ey Mann, ey Dann meint ihr, das bringt irgendwas noch bei euch? Guck mal, wie weit ihr weg seid Ich bin auf zweitem Platz, ist mir noch egal Echt? Freddy, was ist los mit dir? Ja, was? Gar nicht wahr, warum bin ich dritter? Jetzt bin ich zweiter wieder, ne? Warum war ich gar dritter? Was ist denn los? Du warst gar nicht dritter, Lory Bei mir stand gar dritter und dann zweiter und dann hab ich auch ganz schnell geändert Aha, der will mich verarschen, diese Computer hier Aha Ah, du hast mich immer an den Eiern Du hast dich tatsächlich Columbian Hääääähähä auf euch Macht GLP das auch immer? Hääähähähähä градelt nur so nur schluck mal in einem video ja leute was geht was easy win ich bin nicht mehr bei dieser scheiß abkürzung was habt ihr als beste rundenzeit 48 46 53 decent liefert kack nur 3 mit nitro bekommen schluck ob ich das überhaupt noch schaffe 3 2 1 oooooh und naja leute ähm wir sind auch am ende vom part leider angekommen ich weiß es ist traurig wie immer what the fuck ist das hier hat sich jemand im polizei Auto gekauft und der hat eine sirene und alle Lichter blinken looool looool schluck euch das an da blinkt alles da kann sich polizei wagen egal wie auch immer ähm ich hoffe euch hat der port g fallen wenigstens schreibt xxx xx hat gerade ist level 14 erreicht und ja über Feedback würden wir uns natürlich wie immer Florian und ja wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder und bis denn liebe Leute haute mal roin los weh